Und da bin ich wieder meine lieben Freunde, euer Gino vom Pixel Playground Team Und heute geht's weiter mit dem Let's Play von Modern Warfare 2 Ja, und wir spielen die Kampagne, genau Und, nein, wir wollen kein Neues spielen, wir wollen doch fortsetzen Ja, beim letzten Mal ging's ja schon richtig ab Da ist mir das Arsch auf Grundeis gegangen, natürlich Und diesmal spielen wir Ranger James Ramirez Das haben wir natürlich beim letzten Mal schon angeguckt Deswegen werde ich das auch gleich skippen, das darf euch jetzt nicht wundern Tonpunkte, over, Zulu X-Ray 6, in ihrem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt Negativstation, alles Bestes, ich weiß leider auch nicht Sonneninterferenz, starke Sonnenfleckenaktivitäten heute So, okay, und wir müssen ja jetzt Tag 4 Wolverines Okay, okay, scheiße Was ja hier jetzt ist, ist, dass wir die Feinde nicht gesehen haben Und jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen Das sieht doch gar nicht so gut aus Verdammt, wie sieht's hier aus Raus hier, raus hier Raus hier, raus hier, okay Was war denn das denn? Boah, unser Auto Schnell, schnell Boah, Mann Stamm Den hier scheiß Ding hat mich angeballert Anze 21, alle Luftunterstützung ist bereit zum Einsatz Na dann Zusätzliche Bootunterstützung ist auf dem Weg zu Ihnen Ist aber auf festigen Widerstand getroffen, over Roger Roger Na super Ist ja auch kein Problem, ne, nur ein paar Panzer Scheiße Okay Alles klar, okay Vorsichtig vorgehen bitte Schnell, 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 schnell Ich sehe Rauch bei der Abschutzstelle Da ist Wetter runtergegangen Da, wie sollen wir das nur schaffen, frage ich mich So Ich bin doch gerade Rauchkanate geworfen, ne Okay Okay Okay, aber Wow Da, da, da Zur Gasse Nein Nein Schneller, schneller Ich komme Boah, das sagt mir doch, dass da So ein Arschloch Das sagt so Gasse und das sind ja Blöd, Mann Fand ich jetzt nicht schön Okay Ja, ich komme, ich komme Diesmal bin ich gefasst Okay, okay Gut, weiter vor Da, Mann Könnt ihr sie nicht abballern So, los, 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 Jungs Los Wir schaffen das Wir haben keine Chance gegen uns Wir sind zwar nur vier Leute, aber Alles klar Gegen eine ganze Armee Keine Kommt uns hier Okay Ich habe ihn Weiter vor, weiter vor, weiter vor Gut Ja, ich habe ihn Scheiße Schnell, schnell, schnell In die Tanke Wohin, wohin Ich dachte, in die Tanke Okay, nee, doch nicht Ich bretter nicht Ich habe eine gebrettert Wow Ah, das sind unsere Leute Schneller 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 Wow Okay, ich folge ihm Oder? Ja doch, ihm muss ich folgen Ihm ist man nie Wo ist Raptor? Sie haben mich zum Türraum gebracht Der ist so und die Kohle Sie sind in den Stattung Noch bewusstlos Sind hier Sanitender Doch wohl dann überprüfen sie das Spaß noch Los dann Boah, okay Dann gehe ich aufs Ja, ich gehe schon Boah, erschreckt mich Raptor Ah, hier lag Okay, okay Schnell, 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 schnell Äh Alles klar Kein Kontakt im Süden Los Jungs Das müssen wir schaffen Wir dürfen nicht verlieren Hab ihn Auf welchem Dach Alter, was für ein Das war eine Hüpf-Dole Boah Den müssen wir ausschalten Okay, ich hab ihn Boah Kontakt im Norden Eine Granate Ich sehe nicht Okay, doch Umdrehen Gegner auf dem Dach Das ist ein Feind, das ist ein Feind los Welches Dach, verdammt Anscheinend haben die Russen genug Doch wohl dann Erbitte Statusbericht zu Raptor Over Raptor gesichert und stabil Roger Waffen und Munition überprüfen Die kommen wieder Zwei als Delta Zwei WKR Okay, ich hab sie alle Roger Oh Okay, den hole ich mir Den hole ich Sofort runter vom Dach Ich bin unten Von wo denn? Im Westen, hier Ich soll da rüber Ich soll da rüber Okay, wir gehen da rüber Los Jungs Ey, das ist so lustig Wie soll ich denn das schaffen, ey Die verlangen von mir Eine ganze Armee auszuschalten Wo, 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 wo? Okay, das sind meine Leute Die sind bei meinem Mit dem Kopf geschossen Jetzt, Granate Noch eine Granate Ich seh nichts Zielefassung erforderlich Okay Alles klar, ich mach jetzt vier Drohne Ja, kann ich jetzt wieder schießen? Ja, okay, ich kann wieder Moment Bam Gute Arbeit, Team Hier drüben neu formieren Okay, alles klar Nordosten Ja, ja Und Komm schon Ich erinnere ich auch Okay, ich mach das schon Hallo Nein Zwei eins Okay Okay Planänderung Okay, alles klar Los, los Kommt schon Behalte dich mal schneller Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, oh Ja, ich geh doch schon Okay, ich hab einen Ich hab einen Ich hab einen, ich hab einen Ich hab einen Noch einen Woah okay dann kannst du meine waffe wechseln aber okay den fick ich jetzt schneller 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 muss alles schneller gehen wo sind die wo sind die wo sind die oder die niedergeschlagen nicht schlecht mein freund ich bin schon im bürgertown beschützen beschützen meine leute hat die da muss ich okay muss von hier oben wo ist noch einer hat das sind das viele scheiße ich mache es und ich habe es okay alles sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ja okay wieso sind die hier oben leute guckt ihr auch irgendwas was für ein ding okay das war ein bisschen fehl mehr als 10 erwischt wow ja ich mache noch mehr ich habe schon einige killt was wie viel war das jetzt es aber nein ich habe keine monite für die jungs 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 was sie nicht herkommt ok ich hab sie ich hab sie ich hab sie haltet sie fern haltet sie fern scheiße ich geh runter ich geh runter jungs ok von hier krieg ich sie alles klar und hätte wo verdammt noch mal da ist auch eine ich decke hier unten die treppe man ich kann mich hier nicht raus aber ich würde auch sagen das war jetzt wieder action pur wir überspringen das natürlich springen jetzt nicht wir machen es beim nächsten mal weiter denn wir müssen hier einen kleinen cut machen für hier danke fürs zuschauen ich werde beim nächsten mal direkt hier weitermachen ohne irgendwas dazwischen noch zu haben ja wir sehen uns beim nächsten mal hier war ihr geno von pixel playground team ich hoffe ihr es hat euch gefallen ihr abonniert uns klicks likes zu favoriten hinzufügen alles was dazu ich will nichts anderes und bis zum nächsten mal euer geno socken aus und los geht's wir sehen uns beim nächsten mal hier wir sehen uns beim nächsten mal hier